Der beste Kipper ist nicht einsetzbar, wenn er nicht den gesetzlichen Regelungen entspricht. Sicherheitsstandards haben im Straßenverkehr und besonders im Baugewerbe zu Recht allerhöchste Priorität. Mit dem neuen Unterfahrschutz, der beim Sattelkipper SKI zusammen mit der neuen Rahmen-Generation eingeführt wurde, erfüllen wir bereits heute die zukünftigen gesetzlichen Standards. Der Sattelkipper SKI mit der neuen Chassis-Generation bietet dadurch bereits heute höchste Sicherheit im Straßenverkehr und zusätzlich ein verbessertes Handling. Der federunterstützte Klappmechanismus erleichtert die Bedienung des Unterfahrschutzes und die große Bodenfreiheit ermöglicht das problemlose Rangieren am Straßenfertiger.